Jetzt fliegt er so, wie er soll. Rittiges Fluchbühel mit dem Männchen da drin. Ja. 5 Minuten 7.80 Uhr. Genial, ne? Kannst du noch gerade was dazu sagen, Bernd? Wie heißt das Modell? Wilco 1.3. Ja. 1,3 Meter. Ja. Von welcher Firma ist das denn? Von Pank Air. Ja. Der Hersteller. Klingt aber nicht schön. Ne. Das ist nur kalt, glaube ich. Da ist er. Witzig, das hat wieder geklappt. Ja. Schon das zweite Mal in Folge. Die Landung ist jetzt eine. Musst du so ein bisschen flaren, so ein bisschen anziehen. Ja, genau. Ja. Was kostet denn das gute Stück? 99 Euro. Ja. Ohne Elektronik. Aha. Ja. Ach, die Servus hast du selbst montiert. Ja, genau. Das ist, komm, als Bausatz. Ja. Plus Motor. Mhm. Und wo sitzt die ganze Elektronik? Im Männchen? Ne, im Männchen sitzt nur der Akku. Ja. Prinzip's Akku. Ah ja. Und der Empfänger und der Regler. Und wird über nur Querruder gesteuert und Höhenruder, ne? Genau. Der hat zwei Servus drin. Ja. Der fliegt im Grunde wie ein Nurflügler. Ist eigentlich ein Nurflügler, aber sieht wie ein Drachenmodell. Ja. Hast du schon mal Gleitflug-Eigenschaften ausprobiert? Ja, er gleitet sehr schön, hat aber keinen besonders guten Gleitweg. Nicht zu vergleichen mit einem reißungsfähigen Segel. Ja, klar. Kann man nicht vergleichen. Ja. Aber er fliegt wie ein guter Nurflugler. Sehr schön. Krasse werden.